Zu einer Zeit, als Könige regierten und die Ehre eines Mannes mehr galt als sein Leben. Wer ist der Sieger? Los, bring es schon zu Ende! Besiegelte eine Frau das Schicksal von zwei Weltreichen. Eine Frau von legendärer Schönheit. Und wer ist dies? Sie heißt Helena. Du verkehrst mit einem Trojaner? Einem Feind Sparthas bist du hingerichtet? Ja, das will ich! Um ihretwillen starren tausende Schiffe in See, um eine der blutigsten Schlachten der Geschichte zu schlagen. Sie entflammte den zehnjährigen Krieg um Troja, der nur mit einer raffinierten Kriegslist gewonnen werden konnte. Nach Troja! Erleben Sie die klassische Saga über die Göttin, für die Männer ihr Leben riskierten. Helena gehört mir! Es gibt keinen Frieden mit Troja. In einer spektakulären Neuverfilmung. Sie bringt uns den Tod. Helena von Troja